Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 In diesem Film geht es um Rocket Raccoon, denn seine Schöpfer wollen ihn gerne wiederhaben, um ihn genauer zu untersuchen, denn er unterscheidet sich nach all den Jahren immer noch so extrem von den anderen Kreaturen, an denen Experimente durchgeführt wurden. Ja und natürlich haben wir auch noch den etwas gebrochenen Peter Quill, der immer noch nicht seinen Verlust überwunden hat, dass Gamora nicht mehr die Person ist, die sie einmal war und deswegen ist er doch ganz schön neben der Spur, bis es dann zu einem Kampf kommt, wo Leute Rocket Raccoon fangen wollen, aber die Guardians of the Galaxy den Angriff so mehr oder weniger gewinnen können. Aber Rocket Raccoon wird schwer verletzt und es kristallisiert sich heraus, dass es ein Ship an seinen Organen gibt, der beschädigt wurde und man kann Rocket Raccoons Leben nur noch retten, wenn dieser Ship einen bestimmten Code bekommt und ja, damit ist klar, dass die Guardians of the Galaxy ein krasses Abenteuer überstehen müssen, um an diesen Code zu kommen und Rocket Raccoon zu retten. So kann man die Story ungefähr zusammenfassen. Also, der Film zieht wirklich alle Register. Der Film zieht wirklich alle Register. Die Charaktere entwickeln sich weiter. Die ganze Story ist sehr gut gemacht. Die ganzen neuen Charaktere, die sind krass, die sind wirklich böse. Aber eigentlich haben sie nur so, ja, mehr oder weniger, zwar böse Interessen, aber aus deren Perspektive wollen die eigentlich nur was Gutes machen, aber merken gar nicht, dass sie sich da so verlaufen haben, dass sie da mit total vielen Kreaturen schaden und denen ist das einfach scheißegal. Denen ist das einfach scheißegal. Und unsere Guardians, die sind trotzdem, auch wenn sie geschwächt sind, trotzdem eine Einheit. Und die nehmen alles auseinander, was sie auseinandernehmen können. Also, die Kämpfe, die sind wieder so unglaublich spaßig, actionreich. Also, es ist wieder richtig tolles Popcorn-Kino. Und auch so, es ist eigentlich so ein bisschen, der dritte Teil, hat ja James Gunn ja gesagt, ist für ihn ein Abschluss. Und für sich selber hat er da die Geschichte auch zu einem Ende gebracht. Und ja, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Also, bin da noch nicht so ganz überzeugt, dass das ein Ende ist. Und man muss auch sagen, die CGI in den Filmen ist auf jeden Fall besser als bei Ant-Man and the Wasp oder bei Ant-Man and Quantumania besser gesagt. Also, der Film hat ja dieses Jahr, also was schlechte CGI angeht, ja glaube ich so ziemlich alle Rekorde gebrochen. Aber bei Guardians of the Galaxy sieht das alles doch schon wieder deutlich besser aus. Warum auch immer, ob die da mehr Zeit gekriegt haben oder ob James Gunn da ein bisschen mehr Wert drauf gelegt hat, dass der Film einen besseren Look hat, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die CGI ist wieder okay, da kann man auf jeden Fall ganz gut sich das anschauen. Ich habe den auch in IMAX 3D angeschaut. Die 3D-Effekte waren auch sehr, sehr interessant gewesen. Und ja, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, denn der Film geht über 2 Stunden, aber es sind sehr kurzweilige über 2 Stunden, denn der Film verliert nicht viel Zeit, der Film hat jetzt keine wirklichen schwachen Momente oder auch keine wirklichen Momente, wo man jetzt sagen muss, ja, hätte ich jetzt so nicht gebraucht, sondern die ruhigeren Momente, sage ich jetzt mal, sind wirklich da, um Charaktere ein bisschen mehr zu beleuchten, um denen ein bisschen Zeit geben, sich zu entfalten oder um Hintergründe von diversen Charakteren besser verstehen zu können und das alles. Und ja, also es ist ein Guardians of the Galaxy Film, den man besser nicht hätte drehen können. Ich bin ja echt mal gespannt, was wie der Film so generell ankommt und was ich auch nicht so wusste, dass Sean Gunn, der Carglin spielt, dass das ein Bruder von Regisseur James Gunn ist. Ja, mal gucken, was jetzt mit dem passiert, wenn sein Bruder jetzt nicht mehr bei Marvel ist, denn James Gunn geht da jetzt zu DC, das ist ja allgemein mittlerweile ja auch bekannt. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt alles so entwickelt. Also ich bin auf jeden Fall, ich kannte, bevor die Guardians of the Galaxy Filme kamen, die Guardians of the Galaxy so gar nicht. Wir sind mir so gar nicht so vorher gläufig gewesen. Es gab ja auch keine Comicserie in den 80er, 90ern Jahren oder so. Jetzt gab es ja so 2010, 11, 12 irgendwann gab es ja diese Animationsserie, kann man mal so sagen, Animationsserie. Und ja, die macht ja auch Spaß, also muss man ja auch sagen. Und wie gesagt, Guardians of the Galaxy 1 habe ich erstmal Guardians of the Galaxy kennengelernt und es ist eine Crew, die unterschiedlicher nicht sein kann, aber es ist auch genauso eine Crew, die sich über die Jahre hinweg zusammengerauft hat, zusammengefunden hat und wie wirklich, auch wenn sie so unterschiedlich sind, so eine mega krasse Einheit sind. Also einer für alle, alle für einen, das ist da bei denen da wirklich in Fleisch und Blut übergegangen und ja. Also ich bin mit dem Film sehr, sehr, sehr zufrieden. Also, dass man jetzt mit den Dritten die Triologie damit abgeschlossen hat, finde ich, hat man da wirklich viel richtig gemacht. Man hat da wirklich sehr viel richtig gemacht. Man hat da jetzt wirklich überhaupt keine krasse Schwachstelle ausmachen können, also zumindest meiner Mann dafür halten. Also ich habe jetzt keine wirkliche Schwachstelle gesehen. War für mich alles interessant. Es war für mich wirklich sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Man hat die geilen Sprüche, man hat die geile Action und man hat auch wirklich wieder unglaublich coolen Soundtrack dabei. Also da kann man sagen, Leute, ich würde es mir wünschen, wenn es weitergehen würde mit den Guardians of the Galaxy. Aber das weiß momentan kein Mensch, in welche Richtung sich diese Reise da entwickeln wird. Das weiß man nicht. James Gunn ist weg. Ich weiß nicht, wer oder was oder warum und wie man dann nochmal weiter anknüpfen könnte. Aber ja, vielleicht wahrscheinlich, vielleicht irgendein Avengers Film oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall mit dem dritten Teil sehr, sehr zufrieden. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Ja, geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, wir haben bei Guardians of the Galaxy ein Film mit viel Action, viel Spaß, bisschen Humor, ein bisschen Gefühl da drin. Diverse Charaktere werden ein bisschen mehr beleuchtet. Neue Charaktere kriegen Zeit, sich zu entfalten. Man hat wirklich da bei dem Film einfach wirklich alle Register gezogen, die man ziehen konnte für diesen Film. Und der Film ist unglaublich unterhaltsam. Also, man hat hier wirklich Volume 1 und Volume 2, sage ich jetzt mal, zusammengeschmissen. Und das Ganze nochmal nach oben gepackt. Also, nochmal ein Level nach oben geknallt. Und, ähm, wow. Also, ich war da wirklich mit diesem Film hundertprozentig zufrieden. Und, tja, mal schauen, was Guardians of the Galaxy in Zukunft für uns bereithält. Und somit kommen wir zur Bewertung. Also, ich gebe den Film, weil der Film für das ist, was er ist, was er sein soll und was er sein will. Da kann ich dem Film nur die volle Punktzahl geben. Denn man hat mit diesem Film alles richtig gemacht, was man bei diesem Film richtig machen konnte. Ich konnte jetzt keine wirklichen Schwächen feststellen. Ich hatte jetzt keinen Moment im Kino gehabt, wo ich gesagt hätte, äh, ja, guck mal in die Gänge oder so. Nein. Das gibt es bei dem Film nicht. Und somit bin ich mit dem Film einfach hundertprozentig zufrieden. Also, schade, dass James Gunn von Marvel weggeht. Hätte mir da gerne mehr gewünscht, weil James Gunn scheint ein echt guter Regisseur zu sein. Also, da hat DC wirklich, ähm, einen richtig guten Fang gemacht. Und wie gesagt, der Soundtrack ist wieder cool. Die Sprüche sind geil. Man hat ja wirklich an alle Register gezogen. Also, von daher, ich gebe eine klare Sehempfehlung ab für diesen Film. Geht ins Kino, weil das ist ein Film, der ist auch wieder wie fürs Kino gemacht. Gerade in IMAX 3D oder überhaupt in 3D. Je nachdem, welches Format ihr gerne bevorzugt. Aber schaut euch den Film im Kino an. Das ist ein wirklicher Kinofilm. Das ist ein Film, der wird auf dem Fernseher wieder nicht so gigantisch wirken, wie er in einem Kino wirkt. Und ja, das war meine Filmbewertung zu Guardians of the Galaxy Vol. 3. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst doch mal ein Abo und ein Like da. Und schaut auch mal in meine Videobeschreibung. Da sind ein paar interessante Links, die euch interessieren könnten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bis demnächst.